Ich frotze. Okay. Ehre. Hm, ah, da ist er schon. Okay. Nice, Digga. Beide in Camouflage. Tohne da mehr Ruhe. Hm. Lass Tilted Vogeln. Na. Nummer 1. Lass Tilted Vogeln. Ja, Digga. Ja, Digga. Welche Hure. Ach. Rein in die Olga. Ja, Baby. Rein ins Loch. Hehehe. Okay. Ehre. Gehst du Main? Okay. Ah, ich geh Main. Mittlere Etage. Okay. Nice. Ich mach unten, äh, die Main Falle hin. Ich mach unten die Main Falle. Okay, nice. Vielleicht läuft da gleich einer rein. Einen Esel vielleicht. Baue ein bisschen Holz ab. Auf ganz entspannt. Okay, ich komm zu dir. Okay. Ich wollte, äh, ja. Warte, okay. Da ist ne Pump. Heere. Da ist einer drinne. Ich geh anderen Weg. Okay. Nice, hab ne P90. Pass auf, es könnte irgendwo sein Team hat noch sein. Okay. Okay, Digga. Ja, sein Team hat kommt glaub ich hier. Ist hier irgendwo? Oder? Ja, der ist hier. Nice. Da läuft einer ins Haus. Hab ihn. Hier kommen aber noch welche. Komm schnell, schnell, schnell. Ne. Hier sind überall welche. Ich bin tot, Digga. Keine Mets mehr. Ja, ich hab keinen Aim mehr, Digga. Ich hab keinen Aim. Schade, aber das war ein Sweater, Digga. John, äh, Fick und so. Und die Lux. Oh, Digga, aber das war eine schöne Kills, die wir auch gemacht haben. Also, du hast die Kills meistens noch gemacht. Ja, Moin. Ah. Da muss mein Aim noch ein bisschen besser werden. So. Oh. Eisenes. Hm. Ehre, Ehrenmann. Okay, warte, ich muss kurz einmal. Warte, ganz schnell, ganz schnell. Warte, ganz schnell, ganz schnell. Okay, last retail, auf Gangster-Style. Okay, nice, rein in die Olga. Oh shit, nice. Oh shit, der Wichser hat eine goldene Desert. Oh shit, das gefällt mir gar nicht. Der hat die Desert-Igel geklaut, dieser Hundesohn. Ah, das, das war es wieder komplett. Mensch, schade. Okay. 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 Aber der Burger war schon lecker, oder? Ach so, der war schon wieder schmackhaft. Ehre. So muss das. So muss das. Das ist da hin. Wir müssen aber schnell sein und eine Waffe holen. Okay. Let's go. Okay. Kommt auf jeden Fall ein Team mit. Vielleicht sogar zwei Teams. Hm. Ich fliege da, wo eine... Oder nee, da, wo hier diese Double-Dings ist. Der. Der. Sieger, Joko Jackson. Der Dinger, ich kann dir noch nicht helfen, wenn du ein Feind bist. zwei sekunden bin ich da jetzt du hast dir mal eben auseinandergeflext die ja noch ein jr jackson träger aus der zweiten kiste direkt der ja was zum glück das hatte ich glaube ich noch nie zweimal hintereinander und jetzt noch eine gold ist ein lilan ist gerade gar oh mein gott was denn hier los bruder das lab habe ich auch der ich kann es denken oder willst du den meins denken okay ja das gut ist sehr gut hier ist noch eine sniper hier kommt einer habe ihn da kommt ein team hat aber keine waffe schon mehr war der doch war eine waffe aber ich habe ihn trotzdem der entwendet so die wollten halt stress jetzt auch endlich eine pump die hunde machen auge ah ja naja so ist das wir können hat gleich auf dem bergte ich zeige wo gelangt müssen weil wir müssen da oben wir müssen hier an zu seibern und dann wie fliegen da wo die rüfte gleich sind das ist da unten noch eine pump oder was das da leuten da hinten sind noch leute wie süß da läuft da weit weit ja seins team hat keine mats ich muss bei dir nein pass auf die mate kommt das weg das weiß nice nice tötet erstmal die zombies okay auch der geil ja ich hab die jackson alles ist egal das war ich habe ihn eigentlich gesehen aber den anderen habe ich so wie geschossen okay gut danke dass du mich gerettet hast der ehre das auch eigentlich so dumm von mir dass ich ohne märz reingepuscht bin okay ob es ehre nice ja ja ah ja geil okay so ok wir holen uns gleich ein rift dann geht das easy äh warte gibt es hier noch was ne ne äh dann müssen wir äh oben auf dem berg sind die rifts ja meistens zur seilbahn wir müssen auf die seilbahn ja ja genau ok nice ah ja du schlingel sind hier doch hier ist ein rift ok ich hab wenig mats aber dann müssen wir dahin wo ok wir könnten zu fälte von mit zu fälte noch ein paar märz fahren farm ja ja lass ein paar märz fahren da oh das aber da sind aber gleich welche beim main oder da hinten ja ja ne ne die kommen in deine richtung die kommen dann warte ja pass auf ich lehre ich hole die von hinten der eines weiß der eines weiß nein oh sorry ich hab den geklaut egal 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 dafür nimmst du den anderen er finnisch die sau ich hole mir die mats von dem ok ehre nice nice ok ich nehme noch verbände mit ok ich nehme medikit mit gut perfekt ok jetzt noch ein bisschen naja ganz viel holz wir brauchen so viel metz da sind auch noch zombies warte ich mache die sind deine zweiter eine zweiter eine zweiter warte nice hab ok naja die kam von hinten einfach wir haben fünf kills wie ficken die schon ganz gut warte ach du hättest den schlafen nimm den slurp nimm den slurp dann nehme ich dafür den biggie halt oder ne doch biggie und mini ok warte ich habe noch zwei lagerfeuer digger ok ok du hast fünf kills wir haben zehn kills gemacht digger bei hier nein oh mein gott digger geil wir müssen ah die sohn macht auge digger wir müssen eigentlich jetzt schon los bruder aber ich brauche meds naja 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 achso das bist du ok hm hm hatten die jump hätten ne ich hab nur zwei lagerfeuer ok kann ich mitnehmen ja kann ich ne das war ich ok warte ich mach den stein einfach kaputt ja ja oh digger ich nehme jaja jackson mit kann beides mitnehmen medikits und jaja jackson das wichtig und hier sind noch minis oder ich nehme ja 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 ich hab ich hab oh shit natürlich dezent eklig wir brauchen quads vielleicht von ähm ah fuck von da eigentlich müssen da hoffen dass da äh dings diese autos rumstehen ok 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 Das war's für heute. Lass die Seilbahn nehmen von da oben. Ja, ja, die Seilbahn. Okay, Ehre. Nice Dinger. Hm. Okay. Okay. Nein, oh mein Gott. Ah, ich dachte. Hm. Hier sind irgendwo Gegner. Nein. Dinger. 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 Ja, bau halt nicht. Jetzt macht er diese... Ja, ich bau wie ein Autist, Dinger. Musst du mir nicht sagen. Ja. Ja, Dinger, was mache ich hier gerade? Dinger, nein. Dinger, ich bin gerade zu überfordert, Dinger. Warte, ich muss mir Dings Lager vergeben. Scheiße, Mann. Warte. Nasenbluten, okay. Ja, ich dachte, das war das Neue. Das war es mir komplett mit mir. Naja, editieren dauert noch bei mir lange, ja. Dinger, ich laufe wirklich wie ein Bot. Ah, der Egel kann wichtig sein, aber was bringt mir das? Ah, ich weiß nicht. Vielleicht. Einen Mini brauche ich halt. Oder der hat ja auch noch. Okay, nice. Ich habe acht Kills. Du hast sechs. Ich mache Skrimmish, Dinger. Ich mache Skrimmish, Dinger. Oh shit, wer sind denn die denn? Hör, Lull. Oh, siehst du die auch? Lull, da sind nämlich zwei, die bauen sich da zwei Double-Türme und auf dem anderen... So, ich gucke hier. Okay, die werden gerade gefaltet. Oh mein Gott, ja. Das ist sehr gut. Ich warte erstmal ab, Dinger. Wo die nächste Saison... Oh mein Gott, das wollte ich doch gar nicht. Nein. Geil, mit dem Editieren... Ich habe Dinger mit Kreis und dem Dings... Damit komme ich noch nicht ganz klar. Ich warte erstmal. Der mich ja noch nicht bemerkt. Ehre. Ach du Scheiße, die Zone ist ja weg. Aber ich habe Dings, Jumpert. Ich kann warten. Bis die dann fighten. Ah fuck, die ist ja auf dem Berg. Da muss ich mich wohl ein bisschen... Ja, mein... Nasenbluten. Dinger. Ich warte noch 30 Sekunden. Shit, ja, ja. Ich sehe den, ich sehe den. Ja, ich sehe den. Ja, moin, Digger. Warum schluckt der so viel, Digger? Wie viel hat er noch geschluckt? Digger, elf nehmen... Ja, ja, ja. Und jetzt stirbt der, Digger, wie ein Krüppel. Das gibt es doch wohl nicht. Ich habe aber auch dumm gespielt, Digger. Ich hatte... Shit. Ja, ja. Aber wir haben dich... Ach, Digger. Die waren auf... Mich irgendwie fixiert. Ich weiß auch nicht. Scheißendreck. Egal, nächste Runde. Ach man, ich habe Tiss. War schon mal aber gut, wo wir die Anfangs-Kills gemacht haben. Die Anfangs-Kills, ja. Okay. Ich bin immer noch nicht so gut reingespielt. Das ist nicht gut. So. Okay. Ich bin immer noch nicht so gut reingespielt. Okay. Okay. tiltet wenn wir über titel fliegen dann gehen wir tiltet wenn wir zu über tilt fliegen dann gehen mit rite und wenn wir in richtung blutstadt fliegen dann gemelut stadt perfekt schauen wir mal was abgeht auf jeden fall ein paar kills machen ich bin so hoch ich strecke stück scheiße das ist bei dir jemand ich bin ein unter dir ein über die meine ich jetzt bei dir die sind jetzt genau über uns oh shit okay die sind da hatte krediger die sind ganz unten das week das week da scheiße ich hätte besser essen aber nicht schlecht eine idee wie viel leben hat er noch der 58 das war schlecht game mit der piste hätte ich besser machen müssen schade ich könnte mir jetzt noch selbstgemachte pizza machen oder noch den alten bürger auf essen ich weiß vielleicht snack ich mir den sogar den bürger noch ich weiß und er war lecker und ich habe noch chicken mcnuggets soll ich die auch noch verfuttern ich werde eine fette eine schwere fette an so ist das joshi so ist das so ist das ja ich weiß blass baby blass wie der buche ja du bist so ne Hure ich weiß oh ja ähm lass hier hin leere ok ah ja tu autist besser ist das ok nice ok kommen zwei teams mit drei teams nee ein team kommt auch ah lol ein team kommt definitiv mit ich flieg zu tief scheiße ich muss schnell zu einer kiste oder schaffe ich das schaffe ich das ich werde auch eine pump bruder muss los 22 leute machen auge ja und zwei sind wie krachte hat das sind die wollen mich boxen fixe einfach oder wird gefickt ein schwarzer und ein bürger skinner kommen deine richtung jetzt der lächerlich habe beide schlüsse getroffen leider sind sie nicht verreckt ich habe mir selbst in die fresse gespritzt also mit meiner cola sorry die machen auge du hast dir selbst auge gemacht der andere hat zehn dem 10 10 dem digger ich wusste achte diese huren söhne ich weiß ich weiß ja da war bei mir eben auch genauso ich habe die beiden schüsse getroffen auch headshot aber bei einem war es blue 65er und der andere hatte blu 85 mann 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 easy kleine sau auch 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 Schönen guten Tag, ich bin ein Warner. Ähm. Hm. Okay. Hm, du kleine Schlampe. Oh, du zählst. Oh, du zählst. Oh, nö, Digga. Ach, lächerlich. Mega. Ich bin tot, Digga. Das war's mir komplett. Mein Haus sind, äh, die sind absolut weak. Hm, das war's mit mir komplett. Mal wieder. Ja. So dumm gestorben wie ein alter Hurensohn. Mainhaus. Die sind beide weak. Ja, haben sie jetzt, glaub ich, bis 100 Leben wieder hochgehealt. Die sind auf jeden Fall da drinnen, aufpassen, da könnte eine Falle drinnen sein. Hm. Digga. 100 Leben, 100 Leben und vom, äh, Digga, ich weiß, ich hab den auch nicht gehört. Oh Gott. Der hat sich da so hoch gelasert, also dich so weg gelasert irgendwie. Keine Ahnung warum. Ist ja voll behindert. Scheiße, Mann. Ja. Hm. Okay, Halbschwanz. Ja. Ah ja. Dann geht's zurück nach oben. Ja. 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 Und jetzt sterbe ich diesmal nicht. Hmm. Okay. 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 Sag Bescheid wenn du Stress hast. Ich komm zu dir gleich. Ja bei mir geht es auch fett. Die blaue M4 und so. Ehre. Äh AK. Ja dann gib mir gleich die AK. Okay. Ja in der Nähe wird gefightet. Aber. Das ist easy. Ja. Ich bei mir auch. Ich brauche auch Blue Light. Warte vielleicht ist hier eine Kiste. Ja hier ist eine Kiste. Komm in meine Richtung sonst. Ich hab so das Gefühl dass du was dummes vor hast. Der macht keine Scheiße. Ja Digga. Versteck dich. Ich komm. Digga wo war der? Was ist das? Was? Höhö. 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 Ja, wo ist der? Ehre genommen Okay Keine Ahnung Ja, ich hab 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 Ich mach's dann wieder komplett. Ich bin von Anfallschaden verweckt, Junge. Ja moin. Ich bin von Anfallschaden verreckt so eklig, weil da zwei Gegner waren. Ne, ne, ich lass den Scan. Oh Scheiße. Hopps, musst du noch bereit machen, easy. Okay. 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 Ich bin da. So. R. Nö. Nasenbluten. Äh. Lass du Tilted diesmal. Ich bin da. Ich bin da. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh shit So, ich komm, ich komm Einer ist da noch Oh shit Nimm die Verbände, nimm die Verbände Brauchst ne Pump Okay Ne Ahnung Warte, lass sie rein, lass sie rein, lass sie rein Metz Farm Ich hab auch genannt, na, oh man, bei mir Er finish natürlich, Digga, was für ein Hurensohn Ich hatte noch Minis, Digga Pass auf, sein T-Mate kommt, glaub ich gleich Keine Ehre Rechts Oh mein Gott, oben Das ist ein T-Mate, Digga, der Hurensohn Alter Okay Okay Oh ja Oh ja Oh Oh yeah Oh yeah Oh yeah Wie Oh yeah Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 Alter, der ist einfach eine. Oh mein Gott. Hier ist so viel bei mir. Oh mein Gott. Ich bin attackiert. ч da? Ich versuch grad den gold Zambi zu holen. Hab ihn. told belastend. Mann ich bin halt gerade aber ich bin jetzt jetzt. Ich hab zwei noch, ich hab zwei geholt Dann nehm ich nochmal so Ja Drei Minis, ich hab zwei Biggies und nen Shark Shark Ja Ja, lauf nochmal ab so durch zu den Z-Foul Ja Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt Ich bin auf dem Busch, also mich kann keiner erkennen Ja Okay, direkt durchziehen Ey, ich sehe halt gar nix, ne? Oh my god, ich hab nen Jump-Wert Ah, du baust hoch Komm, heide Mach nicht ganz so, sonst wir stehen uns Obwohl, die können uns nicht sehen im Niveau Ja, mach, mach, mach jetzt, mach jetzt Die fallen direkt vor uns Ja, ja, ich zieh durch Ach du Scheiße Wir können ja gleich abfangen Wir gucken Ach, egal, ist noch ein Slab Headshot Ja, Alter Hier ist noch ein Flugzeug, ehre Alter Hier ist noch ein Biggie Ach mein Gott Schlafshaft Ah, warte, ich hab ne Idee Ach ja Paul, fang den, fang den einmal ab Alter, ey Look ins Land, hast mir grad so einen dolle abgestaubt Ja, ist mir egal Ich hab nen Chuck, den ich erst mal trinken werde Einer war mal noch bei mir, aber alles easy Oh mein Gott Ah Ah, jungs Bitte So Warte, komm, komm, komm Ich hol dich ab Taco Okay Ah, natürlich Ach Der, das warst du mir komplett Und Es kann sein, dass ihr mich überhalten müsst Was sehe ich so? Nee Oh, ich hab's gar nicht auch geschafft Mit 7 HP Hat der bisschen Mads Fack du was Mads Komm, das hat Blut Ey, das wär zu viel abgestockt, das war ja nicht mehr normal Ja, ich komm Ich geb den 140er diegelhit, alter Was macht nennat? Buff Und einmal, Digga Hättet ihn Ja, das wär nice Ja, gib euch das, ich bin nicht Ich versuche ein bisschen mit einem Falker einzumischen Sollte Da kommt noch ein Zombie, töte den Ah ja, gut Ja, in der Nähe bei mir, ja Okay, wir kommen Ja, ja Warte Ja Was macht er denn, hier ist weit Ah, ja, ja, oh, hier ist ein Bogen Okay Okay Hier mal ganz eben Da unten sind die Die sind da unten Was heißt da unten? Da, bei der Hütte Headshot geben Okay Alter Alter Da in der Hütte ist noch einer Ach ja, da werden wir wieder killt Doppelstaub Ja Ja Okay, oh ja, oh ja Oh shit, sei scheiß-Ambi Ah, ich hab's gebraucht, ich hab's gebraucht Ey, Mann, Taco Das wär der letzte Zombie gewesen, wenn ich brauchte, du Fixer Ich muss diesen dicken killen Warte, ich muss mir da Fuck Wo ist der Dicke? Wo? Wo ist ein Fettie? Was? Wo? Was ist denn ein Lager? Sagt euch Koordinatoren? Jungs, wir müssen durchziehen Durchziehen, durchziehen Also irgendwie Ja, warte Jibiii Jibiii Ah, ne, nein Ne, man nimmt immer noch MC Vor mir, Jungs Vor mir, beim Baum Der fällt den grad Der fällt den grad Digga, ich hab so wenig, äh, Dings Wer sieht das? Ja, da sind welche Aber ich muss mir gleich Medikit geben Ich kann nix machen Der ist da beim Baum Zwei Leute Versucht einfach erstmal zu bauen Versucht erstmal zu bauen Ich muss mich, äh, gleich Dings Medi geben Mit der Diegel Ich geb mir Medi Das sind drei, das sind drei, das sind drei, ne? Passt Ok, passt auf In zwei Sekunden bin ich da Ja Der eine hat wieder nen Head Ja, ich mach Tumpe-Action So Ok, ja, da killen jetzt Jetzt haben wir die High-Ground Einer ist hier Wo ist er denn? Habe einen Nice Habe einen Headshot Nice Schnell Oh mein Gott, ich Ja Ja Warte, ich hab keine Munition Warte Jungs, ich troff hier noch nen Beegi hin Ich troff hier bei mir noch nen Beegi Lennar komm her Lennar, komm her Ja, Lennar zur Sicht Lennar zur Sicht Warte, ich kann Hier Ach, Bruder Lennar, hier Da liegt der Beegi Ganz einfach Hier Ja Berg Berg, Berg aufm Berg auf N Berg N Ja Lass einfach weiter Ja Ja Ich seh ihn da hinten Ah, den auch Lass mal auf Digga Mh Nein Das war schwer Ja, äh, die kommen Oh Digga Die kommen da Ich hab's in den Nebel rein, geht in den Nebel rein Sehen euch hier nicht Oh, schnell, runter, schnell, runter Der Nebel ist ne gute Tarnung hier, echt Sie sehen mich absolut nicht Warte Also, wir hatten ihn nicht gesehen Warte, ich versuch die von oben her abzulenken, die müssen ja aufm Berg Äh, in die Zone Ach, du Scheiße, Marvin Marvin, Marvin, komm mit zu Marvin, komm mit zu Marvin, komm mit zu Oh, oh, oh Ich hab ein Rift Ah, ist easy Pass auf Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm Nice Easy Nice Oh, ich gönn mir den Jagger Wegen, äh, Green Gönn dir der Der Jagger Also, ich hab eine Sonst nehme ich auch eine Oder war das seine? Ne, ne, alles gut, ich hab sechs Stück Ne, alles gut, ich, äh, nehm Jiggy Wow Okay, nice songs Oh Ich Achter Okay Ich hatte sonst nämlich Medi mit Ich, ne, Medi mit Töne, nämlich mach dich mal so So, Ehre Nice Baut sich, hier baut sich jemand Oh, was sagen, Digga Da sind zwei Leute Richtig, der Kampa Zauber Zauber Zauber, Young Okay, easy Pass auf, Youngs Nice Okay, da sind jetzt die letzten drei Die letzten drei Ich kann mitnehmen Okay Ja, ich hab die, äh, Aufgabe fertig Ja, ich hab die, äh, Aufgabe fertig Okay, ja Ja, mach das, mach das Okay, sohn ist Ja Da, easy, easy, auf NW Ja, das sind die letzten Oh, ja, lange der? Ja, das sind die letzten Müssen in Tilted rein Ja, die sind auf dem Berg Ah, warte Ja, moin Ja, moin Ich geh auf die Krone Ja, ich hab mich hier gebläst Der hier unten ist anders gut loot Wir könnten main Oh, 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 oh Ja, ich bin auf der Krone Ja, okay, easy Ja, Ehre Nein, geh nicht vor mir Geh nicht vor mir Oh, okay Oh, shit, okay Ja, war sauber Warte Ich hoffe Ja, ja Nice, nice, nice Warte, mal jetzt Ah, es geht leider nicht Oder? Habe ein 157 halt Ja So eine Weihnachtsfrau mit Hörnern Wird echt gemein Der eine ist white Der eine ist rechts white White, der sich da gerade einbaut Ja, nice Eine Halt Eine Halt Eine Halt Zwei genutzt Letzter Das ist ein Blue, 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 blue Ehre Yeah Nice, Jungs Sieben Kills Habe ich Sechs Kills Drei Kills Ähm Drei Sechzehn, siebzehn Kills Glaub ich Siebzehn Ah Ich hab auch Das muss Ehre Nice, Jungs Gut Erste Runde Und dann direkt Mit euch Sieg Das muss so Ja Wollte ich gerade machen Ok, Sekunde Ahja Ahja Warte Warte Ok Schmeckt Digga mit dem Omen-Skin, Alter Ehre Ich glaub wir sind ein böse Squad Letzte Runde muss ich aufhören Digga was? Letzte Runde muss ich aufhören Letzte Runde muss ich aufhören Letzte Runde muss ich aufhören Warte, ich guck daneben noch nach dem vierten Make ganz schnell Ja ok, ich hätte dann schon zwei weitere Easy Easy Einmal Luca, der bringt keinen EP Aber er ist halt ein vierter Mate, der gar nicht mal so unkompetent ist Wie ich finde, er ist echt Also er ist so lost, leider finde ich Ok, ähm, wir gehen Warte, lass unsere alte Route nehmen Ok Haben wir lange nicht mehr gemacht Ich geh da hin Ok, mir egal Ok Ehre Ok Ja, also entweder Luca oder Max Bei Max ist auch wieder Wollt die nicht Wollt die nicht Wollt die nicht Kevin Aha Ah ja, da ist er ja Höhöhöhöh Jaa... Spuch Ah, Lu, du bist weiterhautet. Marvin, was ist da los? Egal Ja, Luca, du kannst gleich deine Mission ruhig noch zu Ende spielen Ohhhh Ich auch Ja, dann kannst du ja schon mal langsam fortbekommen Aber das ist die letzte Runde hier für einen Team Mage und dann kannst du rein Wiedchen Sieg Wiedchen Sieg Oh, neue Pumpgun Ja, ja, mach Alles gut Hm Jaa... Geht Jaa... Geht Oh... So... Wenn jemand eine Heavy Pumpgun hat, findet die alte, die würde ich sogar gerne nehmen Okay... Aber... Wenn jemand eine Heavy findet, dann können wir gerne tauschen Ich sehe doch ein graues Stormgewehr Jaa... Alter, mein Loot ist zu krank, ne? Blauer AR, lila Pump, lila... äh ne, blauer MP Ich sehe mich, so eine lila Heavy Sniper Hm... Noch ein Schlösser, auf Marmin, ich hab noch ein Schlösser, ach ne... Ist auch schon voll Eine blaue oder lila Ich hab ne Heavy Sniper, aber ich treffe damit fast jeden Schuss Okay... Hab ich schon Boah, ich hab dir einen No-Scope geschickt, der war anders Okay, der hat schon noch Auf mein Handy Ach... Ja... Jaa... Psch... Alter... Das Herz hätte ich nie gedacht Mhm... Hm... Lul Hm... Ich denke mal, das wäre wie ein Flugzeug Ah... Oh... Aber wo bin ich hier? noch nicht einmal in der teamrunde heute aber das ist irgendwie reduziert auf einnahme wirst du da ein schank alter ich glaube dass es nicht weiter hier ist der kiste marien Ja, da. Ja, da. Alles auf 10. Shit. Komm mal zu den Flugzeugen. Geduld schon zu den Flugzeugen. Geduld doch hier noch eine Kiste. Mit zwei Palettis. Das ist geil. Die Gratis-Kiste wird 100 Holz. Feier aus. Hm. Und Biggie, Mavi, was hast du an Heilung? Ich hab nur 10 Fremde. Was hast du? 10 Fremde. Achso. Oh, okay. Ja, ich hab 4 Minis. Ah, mutiert doch alles. Hä, warst du jetzt da schon? Marvin? Was? Warum, was ist mit euch? Hilfe. Hm. Alter, what the fuck. Ding du mal dann. Ah, Mavi. Komm mal her. Oh, wir sind bei dir Gegner? Ach ne. Okay. Ah, ja. Nein, sie sind da weg. Okay. Oh, mein Gott. Hallo. Aus, äh, Pleasant. Alter. Aber wo ach da? Da unten. Lock die Feld. Alter Verwalter. Ah, ja. Ich, äh. Bei der Villa sind die. Pass auf. Oh mein Gott. Ah, ich komm auch mal. Gut. Ich steig mich auch mal von hinten an hier. Was? Oh, er hat dir die Ehre genommen. Pass auf. Die haben mich beide mit'n Jack. Die haben mich beide mit'n Jack. Lenkt ab, die Jungs. Lenkt ab, lenkt ab. Nicht viel. Ja. Schnell, 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 schnell. Die töten mich sonst. Lol. Ja, das sind die besten, Digga. Okay. Beide sind low. Nein, nein, nein. Pass auf. Okay. Digga, nimm mal ein Loot, nimm mal ein Loot. Nimm mal ein Loot einfach. Äh, hab ich auch mal eins und gefinisht. Ich weiß. Okay. Gönn dir Midi erstmal. Versteckt euch, turtelt euch ein erstmal. Damit ihr euch Leben geben könnt. Ja, Mann. LOL. Bei Taco ist da jemand. Nein, Taco, Taco, bei Taco. Ist einer. Der ist weak, der ist weak da drinne. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der war unten in Garage. Okay. Ich will. So kann man das natürlich auch machen. Nein, Marvin und ich leben noch. Okay, Marvin, wir sind nur in der Zone. Warte, ich gehe kurz aufs Klo. Hallo. Ich tente niemand. Ähm. Alter, meine Mets. Über die kann man sich echt nicht beklagen. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Ich hab mega gute Mets. Ich hab 900 Holz, fast 900 Stein und 800 Metalle. Was ist das? Was ist das? Krank. Hm? Warum? Warum? Warum musst du aber spielen? Ja, du kannst doch auch einfach in den Dings, in deine Solo-Runde gehen. Aber du hast doch immer noch keinen Solo-Runde, ne? Ja. Ja. Oh, geil. Ey, hier ist ein Biggie, hier kannst du dir ein Biggie kaufen. Mach das. Mach das. Ey, Marvin, mach das. Ich hab nicht genug. Wie viel Metall hast du? Wie viel Metall hast du? Oh mein Gott, nein, nein. Hast du keinen, nicht genug Metall? Nein, nein, nein. Ja, wir nicht. Was ist das? Hier. Nein, ich möge von dir kein Biggie. Ah. Hm. Sorry. Schon vergeben. Nein, ich bin nicht genug. Ich bin nicht genug. Nein, ich bin nicht genug. Oh, was ist jetzt ein Heal? Was? Also ich ein Heal habe? Ja, ja. Jetzt ist ein Medi-Kids und ein Medi-Kids. Oh, da hätt ich ihn gefreut. Zwei Medi-Kids? Nein, ich bin nicht genug. Acht. Aber, ja. Ich hab vor Kipio geredet, ne. Ja, du von Kipio geredet. Ne, und du meinte ein Mix. Ja, guckt mal nicht mal, oder versuch mal, durch die Bluse von ihr zu gucken, wie viel sie da hat. Gut, uuu. Ich hab's nicht mehr mit dem Sucker. Ich bin hier in Wasser. Was ist das? Oh mein Gott, oh mein Gott! Mach ihn, mach ihn. Gott, wir gehen. ETF! ETF! Come on, what the fuck? Seht hier nicht, ich mein, das ist schlimm. Papa, ein 200 Meter Headshot. Mach ihn jeden Tag. Mach ihn jeden Tag so. Oh mein Gott, Alter, es gibt zu viel. Get the mad kid. Was ist das? Ich hab noch gegründelt. Das glaub ich ja jetzt nicht. Ey, die wollen uns pushen. Ey, die wollen uns pushen. Ey, die wollen uns pushen, Marvin. Alter. Hol dir die Heimann aufm Berg. Ja? Wir gehen uns pushen. Wir gehen uns pushen. Alter, wenn du das gesehen hast. Ja, das war jeden Tag. Pass auf. Lande. Lande. Äh, ist weg. Ah. Schlimm alles falsch, Schlimm alles falsch. Ja, aber hinter... Warte, auf dem oben fliegt auch noch jemand. Ich zieh ihn halt gar nicht. Ah, nein, da hinten ist noch einer. Ah, das ist feiert, das ist feiert, das ist feiert. Oh Gott, ist vorne. Ah, Banky runter. Ah, Banky runter. Oh mein Gott, Alter. Ah, ich weiß nicht für deine, Gammelt. Hast du noch nen Jump-Hat? Ne, hab ich nicht. Komm mal, wir müssen runter. Oh lol, nein! Ich hab ihn nicht gesehen! Ja, ich hätt ihn halt so easy... Ich hätt ihn halt so easy bekommen. Aber runter, Alter. So ne. Danke. Alter, ich hätt den einen so easy snipen können, aber ich hab ihn halt nicht gesehen. Ja, komm, geh runter. Ja, komm, geh runter. Wer macht das? Ich hab zwei hits gegeben. Okay, ich hab zwei hits gegeben. So, aber. Oh, 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 oh. Das ist 13. Es ist 2, 4 e-teams und wir beide. Ja, ja, ey, ey, bleib nah, bleib nah bei mir, bleib nah bei mir. und die da 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 kann es finden da kann es finden tschüss tschüss sturm gewirkt ja 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 komm her ich hab gedroppt hinter dir ist das irgendwie einer digga pass auf pass auf ah nein warum hast du da ne wand digga oh nachher er hat die liga geteilt schießt sie an die liga geteilt hat nur auf dem Flieger hey gut 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 ich hab nicht viel ich hab nicht viel Scheiße ich komm nicht raus mann die drei leute oh mein gott drei leute alter mein gott digga der 5er p die liga geteilt hat sich dann Heilung gegeben das war ein ganzes team noch ach nee die waren alle so low außer die arkansas Szene das war ne ja ja dann haut rein ja tschüss ok nice ah Ahja Easy Ich nehme den Tacker Okay Alter Hm Ahja Ahja Alter 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 Zupft da sich noch die Augenbrunnen oder was? Ach Naja, ich könnte mir das so hart vorstellen, dass der Alter 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 Taco sind sie da, sind sie anwesend. Okay. Mhm. Ach, er ist mit dem T-Shirt gespielt. Ob ich gestern Abend draußen war? Ach so, ja, ich hab früher noch mal nicht gewusst. Ich geh da hin, und wenn da jemand hinfliegt, dann fliege ich da zum Wald hin, irgendwo. Digga, was ist mit Taco? Taco! Tacochen, putochen! Kuss auf seine Nuss. Oh, ja. Auf seine Eichel so, seine Eichel so schön massieren, bis er gleich kommt. Ja, moin. Aber ne Homo. Ja. Oh, ja. Und Sache no Homo. Oh, ja. Oh, ja. Was tickt da Lelandes? Sieht interessant aus. Oh, eine P90. Ja, das schmeckt. Wenn du ne Handkanone findest, könnt sie dir. Oh, ja. Habe ich in meiner Hose. Oh. Ja, lecker. Lecker Schmecker. Lecker Schmecker. Viel Spaß an Decker. Oh, ja. Ne, also so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich möchte noch ne Pumpgunen. Abern. Drie, 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 drie. Jeuch. na aber nicht oh nice golden ist gar ehre ok ok ja was ok 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 ich hab lange nichts mehr von dem gehört ok 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 egal ich mach den wenig nein hilfe ja 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 das ist auch so ne so ne pümmelifikation naja was was an muss sie an nein tue es nicht tue es nicht ja ich hab leider nicht ja moin warte ich hole mir noch die zwei pilze ok bin voll mit holz easiness ja gönn dir die kaste noch warte ich baue für dich ein bisschen holz ab du hast es gefunden warte luca sammle hier das holz auf warte ich kann die minis noch stacken stacken fliehst du mich da luca hast du mich angeschossen oh mein gott ich hab schon mal angeschossen ok ja ich sehe von zwei leuten von zwei leuten rein in die olga ja da unten warte eine hat er der eine hat schon 24 gehett ja da eine ist gefickt der andere auch der andere auch die sie waren die sie wollen schaut hier ist noch eine schadiska wir sind noch welche wir warte 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 ja hier sie haben mich gesehen warte ja ah ja danke dir danke ja schnell schnell wir müssen da hin ah ja ganz schnell ganz schnell rein in die olga das wäre ich kriege fahren ich kriege fahren ich kriege fahren weil ich hier nicht bauen kann ich hab 16 hp hab ihn hab noch einen hey ich weiß ja ich weiß ich weiß nicht ganz gut ich weiß nicht du hast die alles ich weiß nicht nämlich naja also ja gut ja gut dann wartet hier hier für jeden ein jump pad 2002 teilt ihr euch die auf warte ich hier ist noch eins so easy dann hat jeder 1 jeder 1 ja ich warte ja hier ach ja lagerfeuer ja moin nasenbluten hier die brauche ich auch nicht hier sammelt auch noch die kann wer medikets decken ok es in das jungs perfekt wir müssen diese haben wir noch das flugzeug oder ist das kaputt ja ja daher ok schnell warte oh mein gott oh mein gott 3 hp hatte nein das war hatte minis geben lasst jump hätten jump hätten ja lass das nehmen erst mal und dann war die ist noch ein ding ja hier 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 hatte ich jump hätte hier noch einmal hatte hatte ja ich muss noch ein bisschen höher ja ja es geht als sie sie ja da liegen liegen noch diese dinge ja ich habe auch noch ein jump hätte hier kommt kommt mal her jungs ja warte ich laser den 24er hit blue 24 die snipen beide ein habe ich habe ich komme zu dir ich komme zu dir doch wir schaffen das schnell beleben habe ich mir die direkt geht mir die euch gleich weil ihr kommt später an ja mein gut deutsch ja moin oh shit aber ich schaff das glaube ich schaff das mit nasenbluten ja ich schaff das ich habe noch eine goldene scar für euch wenn es geläuft also wenn ihr braucht braucht jemand noch eine goldene scar okay ich lege die hier hin ja minis habe ich auch noch minis habe ich auch noch zwei stück hier ja 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 jungs hat noch medikültig ja 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 habt ihr sonst auch noch eins oder naja ach so egal okay gut oder einer ja ja können wir können wir sonst ich habe da oben alles wie sie versuche hier noch minis rein zu transportieren die zone geht in 10 sekunden weiter da lass reinlaufen ist auf jeden fall dann wenn wir in der sohn sind lager verplacen vielleicht kann ich die lasern ein habe ich also gelasert hatte las unterhalb von dem berg toten winkel toten winkel die feinden da oben ja moin warte ich baue bau uns eine kleine warte dazu luka zu luka du kann nicht pushen wir müssen erstmal lager verplacen ja ja stimmt ja besser ist das gute idee sehr schön ok nice ja da play sind wir das lagervergleich ich bin auch bei euch hoch steht wir sind nicht ganz in der sonne oder sind mit nasenbluten ja bruder aber ich krieg noch leben nice oder ok wir können tushen tushen hatte ich in einem luftballons einfach auf riesen ist besser ist das jajaja oh jajaja rein ins ein hiesner rift ok der sieht mich nicht warte ich hoffe er ist ja ja lenkt ihr ablenkt ihr ab Der hat einen 24er Hit. Der hat einen 24er Hit. Das sind zwei Leute, auf jeden Fall. Okay. Ich finish. Einer kommt noch zu euch. Zwei Leute sind da noch. Das sind die letzten, das sind die letzten. Nein, 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 nein. Passt auf Jungs. Alter, wo ist der? Er lost. Noch einer lost. Den letzten no-skuppel ich. Taco, guck mir zu. Ich will trappen. Oh, das hat doch nicht funktioniert. Ich baue euch, baue euch zu, baue euch zu. Oh mein Gott. Taco, guck zu. Ich gebe mir Leben. Schöne-Skuppel. Ah, so, und kommt nämlich. Moin. Ich weiß, wo es ist. Ich muss mir ein Medi gönnen. Warte, Medi, warte. Shit. Oh, shit. Oh. Warte, ich komme im Medi noch ganz schnell. Ich habe noch Schumpet und so. Alles, hier sehe ich. Passt auf Jungs, passt auf. Ja, Klos von mir. Warum muss ich den immer zweimal nachladen? Der ist hinterm Baum. Hat er, ich attackiere ihn gleich. Ja, jetzt ist 4G3 gegen einen. Ich losgucke ihn wieder, Jungs. Ah. Oh, naja. Schade. Er hat mich noch hart gelasert, aber egal. Er hat mich noch ein Autistenbauer. Ja, oh, easy. Nice, so. Next win in the Tash. Schmeckt. Tacos wieder auf K, Digga. Was ist mit dem Typen irgendwie? Man kennt ihn doch. Oh, geil. Ah, ja. Okay. Ah, ja. Tacos ist ein Spacko. Ah, was macht er denn wieder? Der kleine Eselficker. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. so ja easiness er sagt nein ne ach man Luca man kennt ihn doch ich hatte vier ich hatte sieben oder ne ich hatte sechs ich hatte sechs auf ihre ah ja cool ja ja zahlen ok ok nice machen wir die alte Route wieder ich geh da wieder hin ja auf die Ehre keine Ahnung ist ne Pyramide amk oh ja ja j 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 Ich kann auch die restlichen Minis mitnehmen. Oder auch nicht. Ich kann BG mitnehmen. Oder trinken. Einen trinken. Und dann gleich schnell los. Warte, wo? Hä? Luca, willst du den Schak-Schak wieder mitnehmen? Da hinten hat er einen Schak-Schak. Ah, den er... Alle rauf hier, alle rauf hier, Jungs. Alle rauf hier, Jungs. Aber dann trinke ich den schnell und dann... Warte. Ja, okay, ich trinke den auf der Fahrt. Jungs, Jungs, Jungs. Oh, rein, Jungs. Schnell, 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 schnell. Yalla. Nice. Yalla, yalla. Ja, oh man. Okay, nice. Ich hab drei Lagerfeuer, by the way. Ich hab noch einen Jumphead auf Ehre. Wir können erstmal ein Lagerfeuer usen. Ich hab drei. Okay. Lass, äh... Keine Ahnung. Erstmal auf den Berg, dann schauen wir mal nach einem neuen Flugzeug und wenn es... Naja. Oh ja, ich weiß. Süßer. No homo. Und nebenbei stream ich auch noch. Also, auf Ehre. So muss das. Ah ja, zwei... Drei Flugzeuge. Ehre. Ja, moin. Sieht doch irgendjemand mit. Echt? Nice. Nice. Ehre. Alter, Luka, wohin mit dir? Luka. Luka. Ah ja. Ja. Ja, moin. Jalla. Lass zum Loot drop, oder? Wo landet der? Ich glaub, da oben ist anlooted, oder? Hab ich recht. Ja. Und da landet der. Alter. 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 Ohohohohohohohoho. liegt da ich habe sechs stück ich habe sechs stück auch kann jemanden mitnehmen ich habe ein bg okay dann hier ja dann nämlich noch die drei minis mit alles easy ehre jetzt habe ich auch neuen minis also perfekt hat jemand ja 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 hier ein bisschen und hat jemand raketen wer net okay ja das passt oder er nimmt die restlichen aber mit ehre ich kann auch reinhalten mit dem tamper dann dann bin ich da tamper master okay das kann win werden das kann nun werden dritter win hintereinander glaube ich oder ja ich brauche keine ich habe 300 stück kommen herr hier ich habe auch noch 300 ich habe auch noch ein paar moni hier ehre ein bisschen noch stein abbauen auf ehre so die ja das war es dann wieder komplett er macht ihr selbst mordattentäter nehmen noch 32 teams zwei volle teams müssen leben die müssen falten und wir müssen uns dann einmischen und dann haben wir den win das nicht schauen wo die sind bestimmt sind die jeden fatal amk wahrscheinlich ein fatal pleasant irgendwo hier unten ja ich habe jump head jump head jump head warte wird lasst erstmal warten 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 bis die sonne da ist dann gucken wir wo das was mir komplett okay wir müssen auf den berg gleich hatte ich das kommt der witte jungs ist gleich das jump head hier oben hier oben gleich hatte ich habe hier oben geplaced ganz oben also schießt das da oben nicht kaputt die feinden da das könnten die letzten sein das könnten wir die feinden da immer noch die feinden da immer noch da sind wahrscheinlich noch verschiedene teams die snipen wir bleiben hier oben also besser ist das schmackt wo sind die dann klar sind aber die müssen sowieso dann kommen hier kommen ja 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 Ja, die fucker sniped. Digga, der Arme Letzter Gegner Lass dir alles zubauen, hier Wir müssen da sowieso nach oben, warte Dann habe ich eine Idee, ja moin Ah ja, wie ist das? Lass kleinere Zone machen Nein Der ist da hinten Ah ja, Jungs Der ist da unten Ich mach Sampa Action, yeah Ja Reine Jaja Oh yeah Alles vom Sturm erfasst Die Esel Der Esel, Junge Der Esel Yeah, Loser Ehre Schmeckt Jungs Was machen wir gerade mit den Gegnern? Wie er noch dagegen angekämpft hat, Digga Der hatte so keine Chance Vergewaltigung auf höchstem Niveau Ehre Taco kann man auch nicht verfehlen Oh Mann Lost, Alter Dritter hin Ich glaube, dritter win hintereinander Oder zweiter win Zweiter win auf jeden Fall Jetzt in Folge Nice Der Esel, das bringt LP Schmeckt Da, mach ich den hier Und dann Loser Ponyrit Auf Ehre Mach ich auf den Rücken Ja Auf seinem Riesenschlung Ehre Ja Jungs Ja Ja Rein in Rein in sie Keine Ahnung Olga In Taco Genau Was? Oh Mann So kranke Scheiße Kranker Scheiße Ja Ja Geil Nein Lass wieder die gleiche Route nehmen Mal sehen, wie viele da landen bei mir oder so Ehre Da kam mein Handy auf Und von Pornos gucken Okay Aber natürlich schwarzen Spulenpornos Oh ja Gefällt mir Nein, nein Von schwarzen Wie sie sich immer ihren 30cm Cock hier in den Arsch rein drinnen Ja Oh mein Gott He's so big Ja Long Auf jeden Digga Ja Schwierig der erste nach dem Sturz am Boden Digga Was sind das für loste Lobbys? Ja Sicher Glaube ich auch langsam Ich bin der Predictmaster, wo es zu wissen Ich bin der Predictmaster, wo es zu wissen Ah ja So was höre ich doch gerne Oh, ich hab ne goldene Schall gedämfte Skar Schmei Nice, Jungs Und noch ne Schall gedämfte Skar Hm Ich hab zwei Schall gedämftes Skar Loll Okay Ja Termal passt richtig zu dir Einfach immer rausheilen Ne Und dann, wenn wir alle getötet haben, kommst du angekommen und du bist alles Und dann sagt er mir Nein, nein, ich bin kein Ludobstau, bin ich nicht Nur manchmal Ich hab kurz ne kleine Missgestalt Oh ja 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 Lecker Ja Oh Geil Ja Ja Oh, ne Lila Naka Da muss meine goldene Schall gedämfte Skar leider weichen Hm Also, Taco, wenn du ne goldene Schall gedämfte Skar willst, sie ist in meiner Willow Aber nur, wenn du willst Boah Oh, ich hab noch nen Shark Shark Lecker Ja Jungs Ja Rein Lecker schmecker In den Peter Ja In den Peter In den Peter Oh Oh Der Peter Hm Der hat schon ganz verschrumpelte Arsch fangen von mir Oh, geil Ja Das macht mich schon ganz wurschig Ja Oh ja Ja Bitte was Ja und ich hab ein Mädchen gefunden, das ist Das ist Melissa ein Krümel gegen Ja, ja Hm Ist die Ah Ah ja Er du kamer Er du kamer Er du kamer Ähm Oh ne vielleicht Da wird er wieder zum Vergewaltiger Alter, Luca willst du mich verarschen? Guck dir mal ein Leben an, du Spani Oben Ganz oben Ja, wahrscheinlich trinke ich den jetzt, du kannst mir deine Neidung geben Ey jetzt, ja, warte doch Warte doch Warte doch, was bist du für ein Untermensch Okay Okay Ja, bring ihn her Wie, denn beim Lama hast du einen Lama gefunden? Lol Kannst mir dein Metall droppen Irgendwas am Metz Fick dich Kannst mir Racken droppen Racken hast du bestimmt Oh, Alter, was ist mit euch? Ah ja Okay, jetzt muss ich gucken Wo ist die Leine? Hier Ah Ja Ich hab' einen Loot Mein Loot ist anders Ich hab' Der Lieder in der AK, der Lieder in der AK, Lieder in der neue Pump, Gold in den RPG, Chuck Chuck und ein Stimer. Hier. Ah ja. Ah. Das ist ein Gegner. Hat jemand Rockets von euch? Hat jemand mehr Rockets? Oh Gott, wo seid ihr denn? Oh, wo da? Jungs, äh, ich hab welche gesehen. Bei Dusty. Bei Dusty, alles gut. Die haben mich noch nicht gesehen. Aber bei Dusty sind durften. Ja, aber ich hab selbst einen Tampa, Digger. Ich hab selbst einen Tampa. Tackle Rockets? Ehre? Ja. Also 5. Okay. Jo, machen wir. Ehre machen wir. Auf jeden Fall welche. Ja, ja, in Dusty sind auch auf jeden Fall welche. Die können wir auch gleich pushen. Ja, kommt her. Wir sind. Ihr seht uns ja auf der Karte. Okay. Achso, okay. Ja, hol die neu. Dann öffne. Oh, Slurp und Dings warte dann nämlich. Ich wollte nur mit. Ja, moin. Ah, ja. Ja. Okay, Ehre. Ich hab 999 Holz und 999 Stein. Also ich brauch keine Metz. Ja, wir holen euch ab. Jo. Tut das mal. Okay, Jungs, rein in die Ager. Ja. Ach. Leute waren... Oh shit. Werde wer? Alter! Ich hab Witz bekommen. Der eine ist richtig weak. Fuck, ich hab nen... Digga-Hit. Ich muss mir Leben geben, Jungs. Aufpassen, dann mischen sich gleich noch andere ein. Gönnt euch Jiggy. Ich hab mir nen Jiggy. Einer ist bei mir. Oh mein Gott. Der... Oh mein Gott. Der ist weak. Der ist weak. Er will mich finishen. Oh mein Gott. Ehre. Hab ihn... Einer baut zu. Der andere gibt sich Leben. Also Luca. Ja, du hast am meisten Leben. Ehre. Nice Jungs. Ich hab ja nen Shark Shark. Jo. Ich brauch auf jeden Fall... 1, 2 Minis. Okay, Ehre. Danke Jungs. Ähm... Ja, ne... Jungs, das war ein goldenen APG hier liegen. Ich droff hier meine Raw Fests. Okay, Jungs. Warte ich... Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen die Sohn... Ich kann mir den Shark Shark in einer Sohn geben. Aber ganz schnell muss ich... Muss das gehen. Nimm das Medi noch mit. Okay, gut. Let's go rein in die Ager. Ah, ich glaub nicht. Hat der aber mal einen goldenen APG mitgenommen? Ich hab den da reingedruckt. Naja. Warte ich... Ah, das ist nur einer. Moin. Trink ich den lieber bei. So. Oh mein Gott. Hopp. Okay, nice songs. Ehre. Hab noch ein Jump Pad auf Tasche. Schau... Wir müssen auf jeden Fall safe spielen. Das war's. Ja, ja. Nice songs. Wie er da steht. Äh... Ich hab selbst noch einen Tamper. Ich hab zwar Rock Hills, aber... Lul. Okay. Ehre. Ah, hier sind noch Pilze, Tako. Hier sind noch viele Pilze. Ja, das mein ich. Ja, ich hab das einfach... Blaue Reppe. Ich bin wieder voll mit Hals. Ehre. Ja, ich auch fast. Ich hab 900 knapp. Mhm. Krank. Mhm. Hier oben auf dem Berg, Jungs. Hier oben auf dem Berg. Genau Lugar richtig gebaut. Okay. Dann lass... Seilbahn. Ja, moin. Ich hab Test. Moin. Ich mach mit... Ich mach Tampa. Ich mach Tampa. Ich mach Tampa. Gibt's jemand ganz alleine? Ja, ja. Der wird sterben. Ja, moin. Ich geb... Digga. Ich hab mich selbst umgebracht. Das war's nun wieder komplett. Na moin. Okay. Komm, ganz... Afghanistan. Hier kommt noch mehr. Aufpassen. No skin. Ja. Death leak. Okay, hat die Landung vermesselt. Ja. Okay, komm. Hilfe. Mach das, mach das, mach das. Digga, ich bin so dumm. Ich hab mich eben so selbst umgebracht. Versucht euch Highground zu... zu... spielen. Okay. Jungs, Jungs, Jungs. 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 Alter. Nein. Jungs. Ja, eher wie Männer, seid ihr halt mal. Jungs, was macht ihr denn da? Warte, wir versuchen trotzdem den Wind zu holen. Aber also... Marco verblitzt dich abzumut, Digga. Wie grüß denn mit unseren? Alter. Ja. Oh mein Gott, Digga. Hier geht so viel Spaß. Ach, süß. Alles gut, ich hab Slurp. Hier kommen welche mit der Dings, ihr Idioten. Also da... Ich... Heilige. Geh, ne Geh, erst hab ich sagen, ja. Oha. Hab ihn. Ehre. Geh mit der Seilbahn, geh mit der Seilbahn, geh mit der Seilbahn. Die ist rechts von dir. Ja. Rechts von dir die Seilbahn. Mann, was mach ich denn? Oh Mann, das... Du bist ein Drecksautist. Bist du? Ah ja. Uh. Okay. Warte, ich mach... äh... Den Move. Ich hab vier Jump Pads. Okay, das war's dann wieder komplett. Und nochmal. Jetzt hab ich nur noch ein, zwei Jump Pads. Okay. Du musst flash den einfach erstmal, den... Oh der... Nein, 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 er will mich lasern. Passt auf, passt auf. Ich hab vier. Okay. Okay. Okay, nice. Nein, 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 gib keinen Mediker. Gib meinen, keinen Mediker. Vorwärts, vorwärts. Ich kannste treffen. Du heilst dich, ich hab's denn. Nein, schade. Vorwärts. Vorwärts. Komm, Jungs. Ops. Hang mal hin. Ich hab noch Minis. Warte, hier. Luca. Jo. Der Jäger. Na. Ich hab, äh, zwölf. Hier, kannst du haben. Ehre. Jungs, drei gegen zwei. Ihr müsst aufkommen. Ja, ja. Ach, Digga. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich bin grad zu... Der... Digga. Ich bin... Ich war manchmal ein Autist, Digga. Und... Digga. Ja, ich... Digga. Wo sind die Hörder? 100 Apresi, sag ich. 52. Warte, ich mach mir nochmal... Ich digga auf. Ah, der wollte mich snipen, der Hundeson, ha? Warte. Der ist da drunter. Och, komm schon. Ja! Ja. Jawoll. Jawoll, da hab ich doch das Aim. Och. Warte, ich hab Medi. Ich hab... Ich hab... Ich hab sonst ein Medi. Ey. Ich find der Stern drin erstmal. Damit er nicht so viel werfen kann. Guck mal. Okay, er. Wo... Warte, ich kann mir Medi. Machen... Ernst. Warte, ich hab noch Jumphead. Da ja, wo ist der? Kleine Spast. Nee, ihr müsst ihr den Zone nehmen. Nice! Oh, ich flieg grad noch. Ey, jungs! Dritter Sieg hintereinander. Schmeckt. Digga, das sind absolute EP. Das sind absolute EP in Highs. Let's go. 3 kills. Ich hatte wieviel? 3... Auch 3. Lul. Nice. Schmeckt. So muss das. So muss das, Jungs. Taco. Du Limmel, du. Taco. Okay. Jungs, was ist da denn los? Naja. So. Besser ist das. Okay. Nice. Let's go. Ah, da kehren die Olga. Mhm. So muss das. Nice. Jetzt müssen wir wieder so safe spielen, so halt. Naja. Weil vierter Win hintereinander wär schon nice. Auf jeden Fall. Mhm. Mh. Auf jeden Fall. Pfff. Heere. Okay. Okay. Ah ja. Mhm. Okay. Er ist da denn. Okay. Ähm. Machen wir. Lass... Äh. Die alte. Die alte. Bei den anderen kommen jetzt so viele mit. Die ganz alte wieder. Nice. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Also das ist die ganz alte und die andere, das war die neuere. Mhm. Man kennt die doch. Mhm. Mhm. Oh ja. Mhm. Mhm. Okay. Fliegt keiner erstmal mit, das ist gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Jumpad hab ich schonmal, das ist sehr gut. Ja. Ja. Auf jeden. Auf jeden. Na man. Lukas, soll ich dir sagen warum? Ja? Mhm. Nee, das ist eigentlich ein R. Okay, vielleicht unter anderem. Aber ich hätte es gesagt. Oh ja. Ja. Long schlong. Oder small schlong. Ich wollte dir sagen, damit ich dir wieder sehen kann, wie du von der Stange aus rutschst und die Brücke. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Genau machen. Egal. Das ist auch nicht, der Hese nennt sich. Ach egal. Was sagst du denn ab? Ja. Nein, Luca, wir werden niemals den Kontakt verlieren. Ehrenwort. Okay. Dank. Ehrenwort. BAYERN Mann Grütti Servus, Servus Ja Mann Meinen neuen Lederhosen, Freunde Ok Ist doch geil Ja, gefällt mir Auf jeden Fall Der hat schon meine zweite Skadi hier rausploppt Klop Eine P90 hab ich auch noch rumliegen Ich hab zwei Rifts Leute geht hier noch da zum Plessenberg, da sind nämlich noch zwei Flugzeuge dann Ok Oh Digga Ich hab eine Desert aus einer Kiste und ein Rift Digga Oh mein Gott Alter, Skar, Blau Pump, Desert Hacker, Ehre Zwei Rifts und zwei Bis Boah Ja, schmeckt's Perfekt Das ist schon mal Ehrenloot auf jeden Fall Auf jeden Fall, Digga Auf jeden Fall ist das sehr unloot Oh wir haben auch alle gut Leben Kreativ gut Ja Bis auf Fouledern Oh Man kennt die doch Man kennt die Alter Alter Mit den MPs hab ich aber auch gerade Oh, dritter Biggie Nice Das kann sich ja nicht noch verbessern außer Kiste Oh, ja Du geiles Haar Ach Jungs, ich... Warten wir ein Flugzeug? Ja Paul Näh, doch nicht Doch, doch, da sind Flugzeuge ganz viele Ja, ich fliege da nochmal hin, ne? Ja Ja, fliege da nochmal hin Jo Wieder fort Nee Ich hab echt nicht so viel Ah ja Oh sorry Okay Hab zu lange nicht gecheckt, egal ob er mehr Flugzeuge Ja Ehre Ich komm hier noch die Kiste Nice Taco, was ist mit dir? Ah ja Ich dachte mal was ist... Ich dachte mal was ist mit ihm Ich bin weggeriftet Paul, bei mir jetzt jemand Okay Paul Ja, ja Warte Er riftet mir direkt hinterher Okay, warte Warte Er riftet mir direkt hinterher Okay, warte Er riftet mir direkt hinterher Warte 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 Willst du mir? Die dumme Kuh Warte, wir müssen das Flugzeug holen Hier unten ist das Flugzeug Zwei Flugzeuge Wesen Wesen Ja, ja Ne, ich hab noch Minis Auch noch Komm schnell Aufsteigen Jalla Ok Ah, Nasenbluten Ah ja Warte Ja Ja Ok Takua Ok, dann muss man nur ein BG geben Herr Ich auch nur Ich auch nur Der Kiste hier Ruin ist unlooded Takua Ich zauber dir jetzt ein Medikit Dann zauber ich dir verwende, pass auf Dann lass hier oben gucken ob wir Flugzeuge sind Ja, hier sind auch Flugzeuge Lull Vielleicht ist hier noch in der Kiste Ja, moin Äh, wer weiß wer weiß Ja Oh, ein Chigi Chagra Jackson Lull Ich auch mit Ich auch mit Ich auch mit Hier Chigi Chaga Wer kann mitnehmen Ok Lass, äh Mach trotzdem einfach, äh, Dings Ähm Lagerfeuer Jo, nejo Besser ist das Ok, Ehre Ah ja Ich hab auch noch, ich hab auch noch Rift to go Hab ich auch noch Alter Alter Ich bin nicht fliegen, ich bin nicht fliegen Ich bin nicht fliegen, ich bin nicht fliegen Ach, ehre Warte Oh moin Äh, ich will keine Damage da machen Jetzt Erstmal ein bisschen höher fliegen, damit wir nicht so schnell gesehen werden Alter Oh my god, ja, ja Rein da Rein da Oh shit Absteigen 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 Der eine ist weak, der eine ist weak Nein, 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 nein Luca, Luca, bist du safe? Nein Nein, nein, nein Mach die Falle schnell kaputt Oh fuck Ja, scheiße Erstmal wieder, Taco Nein Ey, was, ich kann nicht bauen Ja, ist ganz ohne Das ist boh, Alter Taco, das ist der letzte, glaube ich Ja, von hinten fack das nächste Team ab Egal, gönn dir erstmal leben, gönn dir erstmal leben Die wissen nicht, dass du da drin bist Oh Gott, Alter Ja, ja Ja, die Runde ist gefeef Ja, du bist tot Oh mein Gott, ja Scheiße, ich bin so blöd gestorben Ey, Taco, versucht ganz weiter zu kommen Ich bin hier versteckt ganz unten Ja, hier Ja, mach, mach, mach einfach Mach einfach, mach einfach Mach einfach Mach einfach Ich dürfe es einfach nicht checken Die checken das nicht ganz leise könnte den schack ganz schnell ganz leise ganz leise ganz leise jungs mein gott die schicken das nicht aber die schicken das gleichungs warten wir waren wir waren hier drin und die beiden die wir sind dass ihr das und hat bekommen obwohl überall die einheiten der alle drei alle drei noch alle gleiche und tschüss du hast noch zwei genockt ja alle drei gehen auf der gleichzeit auf mich als das so lächerlich warte vielleicht kriegt kriegt ihr noch die kids weil die noch feiten stammt okay belastend schade jungs schade 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 Lull. immer so ein Kino, Digga, du hast ja mal alles, ey, die musste gar nichts bezahlen im Kino, ne, glaub ich als wir dann geguckt haben wo du mit Leon Fax gemacht hast bei Popcorn am Ende des Films okay, alter das ist so peinlich, alter Digga, solch die Spaß ist ich hab ja richtige Dosen-Drogen-Kinder, alter solche Dullis, alter ja, was noch was anderes, als er Fädel, alter, Hacke, aber ja, gibt soweit zu viel zu viel, alter, zu viel, ehre ehre ah, Jungs wenn man ne Windstreet von 5 erreicht, das hab ich noch nie geschafft ja Lull okay, ein Team kommt mit da müssen wir das Team auch ganz schnell auslöschen ja 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 ich hab auch noch ne MP und ne Sniper ja 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 steigert sehen wir sind auch so sehen schuss abgelassen Jotis Oh wir wo sind nochmal hier? Ehh das war... ok Oh mein Gott, oh mein Gott der... oh Fünfzehn auf Fünfzehn N-Fünfzehn Ja ich wurde gesnipet wie ein Esel Digga Aber ich bin safe Digga, ich hab den zuerst nicht gesehen im Moment Der ist mega gut, Sam Freil mich Alter wir müssen den eigentlich alle pushen Hab ihn, Headshot im Feld, ich hab ihn nicht mehr gesehen Das war einfach so ein Predicting Irr Ja Digga, ich hab einfach reingeschossen ins Feld und Headshot Nice Digga, so muss das Hast du eine? Ehh ne, gar nichts Man kennt ihn Danke Juka ist alles aufgefordert Und der ne Mann Keine Ahnung, der ist ins Feld reingelaufen Ich schieß einfach so ein Prediction ins Feld rein Vielleicht trenne ich ihn ja, Headshot Egal Ich hab nur diese Headshot halt gesehen, ich hab den Typen noch nicht mehr gesehen Niemand kann sich vor mir verstecken Niemand kann sich vor mir verstecken Niemand kann sich vor mir verstecken Ah, ich hab noch einen Taschen Rift ja ich gehe schon mal Richtung Zoldi ne? Zoldi Molli die müssen gucken mhm warte, ahja können ja schon mal langsam zu mir sind die Minis da? langsam also Tarko, wo sind die Minis? ahja ok Herr ach Herr das ist einfach noch nie ja ok, nice ok, lass schon langsam in die Zone ja eigentlich ist noch die Chester ahja ok nur Ganaten Zoldi's anlootet wäre aber ist noch eine starke Vermutung oho, gold sniper hallo die schallgedämpfte die feier ich nicht ganz fahrrad damit egal damit kann man vielleicht keine ahnung ja jetzt komplett anlootet kannst du medikits decken luka das ist dann haltung ja komm rein ok dann komm halt ich das war ich hab mir nur ganz kurz Spanz gegeben, nur so ganz kurz einmal kurz ihn durchlöchert und fertig er hat jetzt nicht nur im er hat jetzt nicht nur hinten ein Loch auch nicht im Mundloch, sondern vorne hat er auch noch ein Loch ich hab ihm so einen Schwanz gegen seinen Schwanz gedrückt, dass da ein Loch entstand ja im blauen Elm, normale Höhe oh shit, ich komm, nur Homo ja die normale Höhe, hier liegt das Weg gibt es irgendwo oder? wo sind die? hier bei dir, Toco äh, passt das nicht? egal, scheiß drauf ja, ja, ich seh ja, ja, jetzt hat das doch zufrieden der eine hat einen 80er Headshot ich werd gelasert, Jungs Luka, lass uns um einen, der an der Tanke ist einer an der Tankstelle, Luka warte, ich muss ein Mini nehmen ja, mach das WAS? ja, er fickt mich in der Luft weg, das gibt es nicht scheiße er will mich wünschen, die haben dann einen Rift, die haben einen Rift dann die haben einen Rift der Riftet sich gleich ja, Riftet Leute, von wo? egal ja, was ist denn hier los? ja, was ist denn hier los? ich kann nicht, Alter Toco, geh weiter, geh weiter alter Toco, ich fick deine Mutter so, wa? der hatte noch ein Lagerfeuer, aber das ist jetzt egal lass mir gehen kurz nachladen alter, wie war der denn? ich glaub' alter, neunundzwanziger alter, neunundzwanziger äh, vier, äh wie viel gespuckt die denn, alter? 18er, ah ja, okay, neunundzwanziger alter, das ist so krank diese blaue, äh, tacticals allgemein die sind ja so scheiße äh diga ich geb den 3 Hitz und er ist immer noch nicht tot alter alter du kriegst gleich Schwanz von mir, Leonard kein Herz du kriegst warte du kriegst ja den, den hier ja, ein Arschloch ja, und ein Arschloch hier, der hat Verkuck du kriegst verharte banane in ein arschloch da kriegst du ein po rein richtig ja 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 du bist ein süßer lutscher na ja ok nice nachher ist er schon bald puch ja man kann man oder tisch der rund hause man es gibt kein kuss auf die hand fotos und autogramm easy easy tamam tamam da haben wir seinen schlitten oder der schlitten ist einfach so groß wie mit der Toas ohne Schallzett Nein, ich bin tot, oder? Oh shit Ah Ah, ich weiß ja nicht Ah, die wollen einen Arschlauch Ich hab kein Flugzeug Das ist grad richtig, die durch Der hat Slurp Fuck Oh, endlich mal der Funk an Ich bin glücklich Ist grad noch safe Okay Ah Geht grad alles Geht grad alles Ne, ne, alles safe, alles safe Oh, das riecht hier normaler, ey, was ZDK Oh no Ich komm, ich komm, Luca, ich komm, Luca, ich geh durch, ich geh durch Oh, ich hab nur noch 100 live Flieg zu mir, flieg zu mir, flieg zu mir, flieg zu mir Okay, gut Schütze hinterher Hm, okay Alter, shit Okay Okay Okay, ich geh nach hinten Kommt Ich glaub, bei Pol Bei mir ist noch alles okay Ja Ich glaub, bei Pol Oh, da nur eins Oh 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 Leonard, ist bei dir fight? Oder was? Was? Warte mal, was sagst du zu Leonard? Ach Ach Ja Ja, gut Okay Okay Das war zu Pol Das war Oh 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 Ah, nee Gar keine Hm Okay Ja, können wir sonst gleich hin, oder? Oder? Oh Oh my god Zum Glück hab ich da noch mal untergeguckt Ja, fight, lass da hin Wo sind die Luca Wo genau Wo genau Ich sag Koordinaten Ey, mach's Ich hab ne Idee Warte, ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Sicher nicht, ich hab ne Zeit nicht bekommen An jemand Ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Nein, er hat ihn hin Nein, er ist da im Haus Ich hab ne Idee Ich hab ne Gefühl Ich hab ne Idee Ich hab ne Idee hatte ich lenken ab lenkt den ab weit 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 er zwei ehre ja ich habe gut abgelenkt ich auch nicht hier ist noch eine rpg wer will ich habe natürlich keine money da hast du freil und dann geht es uns ich nicht Nee. Äh, nein. Ja, gerade unter der Diegel. Ich auch. Das ist gut, dass wir dann immer aufschießen können. Okay. Ja, esse ich. Ich muss auch mal rein. Nice. Ich bin voll mit Holz. Perfekt. Ja, moin. Nein. Ja, ist alles gut gewesen. Lass es wieder, äh... Hammock. Oh ja, das wäre Ehre. Warte, wo bist du? Äh, nach dem Blumen. Da. Ach. Danke. Ehre. Schmeckt. Perfekt. Perfekt. Okay, perfekt. Ich bin voll mitgebracht. Ach, stimmt. Ja, ich sehe jemanden. Auf N. Auf N. 307, äh... 48. Lassen gleich diegeln. Lassen auch ein bisschen laufen, hinlaufen. Sonst äh Hey Oh ja Nein, nein, die Euge Ist das in der LKW? Ja Doch nicht, doch nicht Ach, es sind mehrere Jungs alle stiege ok weil ich gebe mir leben pass auf wuss nicht zu hart rein so ja die staubung ist natürlich wieder auf den kleinen blöde nein Nein, nein. Wollen abstauben. Ja, ey. Da kommt noch ein Team, Digga. Das ist halt zu lecker, Digga. Ne, was? Ach, der hat mich gefickt. Er hat mir eine jahre genommen. Lul. Da kommt gleich direkt noch ein Team wieder. Mit 0 Kills, 4 Kills, 8 Kills hat er eine. Lul, wie kann der andere eine 8 haben und die anderen einen? Lul. Dann sind die anderen ja so bad. Ja, ja. Echt so. Lol. Egal, next round. Ich höre mir ganz schnell was zu futtern, aber ich mach schon mal bereit. Ehre. Oh, da war der Shop in 3 Minuten. Egal, zurück. Dramatis. Egal. consumers Leute, dieser Schattenhittergleiter ist zu geil. Guckt euch mal den Schattenhittergleiter an, also beobachtet den mal. Nein, 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 im Shop, der Schattenhittergleiter, das ist voll geil, oh, er war hier, das ist voll geil, das ist voll geil, das ist voll geil, das ist voll geil. Ja, voll geil. Du wirst die Schattenhitter, du kriegst nicht auf die Fresse. Oh, noch 35 Sekunden. Oh Gott, was da glückliches zum Shop kommt, jetzt kommt es in der Fisch-Skin rein. Wenn der reinkommt, den hole ich mir dann, so ne Scheiße, das ist voll geil, das Kinn. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das bin ich. Oh Gott. Digga, die Hacke ist geil. Die Hacke? Ja. Alter. Oh Gott. Meine Hacke ist völlig heftig. Und die Volleymeisterin ist wieder im Shop, so wie zum Thema Selden. Meine Dschungssperrin ist ein Schopp, Alter. Malchor. Erinnert mich irgendwie an Flytrap. Er ist ja der Schoppelzettel. Ja, wieder ein Flytrap. Doch. Naja, zum Thema Sellen, die Tennisfeelerin ist wieder im Shop. Egal, vielleicht ist es so zwei Tage hintereinander. Ich glaub, man hat die Fußballscans auch und dann nicht mehr. Ja. Ist das wirklich? Komm. Du hast letzte Runde Tiltes, komm, Tamam. Okay, Jungs. Ja, das wird auch meine letzte Runde, denk ich mal. Dann chill ich auch nur noch und guck noch einen Film oder sowas. Oder guck noch Livestream. Ja, sowas gefällt mir. Weißt du, wer da mitspielt? Nein, das sag ich dir nicht. Denn im Abend. Ja. Ja, richtiger Milfporn. Ja, Taco, als Hecksklave. Wird dann von deiner Mutter so geschlagen, so auf seine Eier so. Eier werden ausgestochen mit einer Spritze. Nein, nein, nein. Seine Eier sind angekältet und er kann sich nicht hochbewegen. Scheiße. Nasenluten. Oh, es tut so weh, Schreiter. Aber sie macht weiter. Digga. Bitter. Yes. Warte mal. Oh mein Gott. Oh, Digga. Er war so weak. Er ist so weak, der Hundesohn. Und ein Till, äh, und ein Main ist er noch. Der Lümmel. Shit. Hm. Ah, ja. Ah, ja. Da macht er. Ach du Scheiße. Bei mir. Ey, Jungs. Wo seid ihr denn wieder? Ich bin tot. Guck, guck dir Taco an, Digga. Äh, äh, äh. Paco, komm. Dein Aim. 100er Prezi. Prezi. Und Luca, mach das schon schon. Okay. Er wird tot. Er wird. Nice. Und ein. Und ein. Oh Gott. Okay. Das sind so viele. Amker. Fickse. Oh, der hat mich geholt. Oh, lol. Der war ja lost. Das ist ein Urgroßfanta. Da kommt noch einer hinter euch. Da müsste irgendwo noch einer sein. Ja, man hört es. Na moin. Ich bin tot. Bei Taco in der Nähe. Nice, den hat er. Ja, da kommen noch welche. Und ein Briggs, glaub ich. Oder? Oder Mittig. Könnte noch Mittig sein. ein unter dir. weiter unten. ja da drinnen. oh ehre genommen. ehre genommen. ja mann. und youtube hat es gespeichert. ehre. nice. die zwei no hands jetzt gegen sport. da hinten fährt jemand mit der gondel. mann beim berg. ja da hat jemand mit der gondel gefahren. da. da. oh. das war dich sogar. okay. doch. sie haben noch 100. okay. luka fickt alles. luka wird gefickt. oh. noch so niediger schritt. die legende. die fickt alles. die legende. 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 jungs. ja das war es dann wieder. hey jungs und taco her gesagt ich beschütze sicher aha ok da zieh ich jetzt mal durch jungs ok haut rein und bis morgen dann oder wenn bis ne bis heute ja meine haut rein jungs ah ja bis heute meine süßen kurs auf eure nuss ach ja ok jungs stream haut rein war schön heute haben ein paar wins gemacht ehre und läuft nice jungs haut rein und stream dann in ein paar stunden wieder tschau tschau